Ich dachte, das wäre meine Hand gewesen. Ab sie baut sie jetzt. Sehr schön. Ja, und jetzt aus der hier. Oh ja, Frühstück. 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 Da. Das ist uns ein guter Appetit. LOL. Das ist ein... Das Dorf wird angegriffen. Du musst nicht schlafen. Meine Krieger werden sie auslöschen. Ja, jetzt halt die Fress. Das ist hab ich in der Hand. Mein Huhn. Ich wollte doch das Huhn nicht anklicken. So. Jetzt sollte es eigentlich gehen, ohne dass ein Dorf wohne irgendwo wieder erscheint. Ich werde die Firma, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen. Da hatten immer noch nicht gemerkt, dass wir überlegen sind. So, dann schauen wir kurz in den Optionen nach. Hier können wir auch was wieder bauen. Sägewerk. Zuerst, ähm, die Werkst... äh... Die ist nirgends hier. Die kann man nur noch nicht bauen. Die schmelzt hier da. 60.000. Warten wir noch, bis wir die Häuser fährt und haben. Jetzt greifst du das Lagerhaus an. Geht's noch? Du musst jetzt bauen. Was machst du jetzt? Du musst doch hier... ...bauen. Unser Volk wird angegriffen. Wo? Da. Okay. Dies ist das Land der Wikinger. Alle Eindringlinge müssen vernichtet werden. Ja, nicht grüßen. Äh, irgendwie für vorher sieht das schon noch ein bisschen schön aus. Oh. Es sieht wie Scar aus, aus Härterring, oder wie das Ding heißt. Erdring, König der Löwen. Jetzt hab ich sie. Okay. Du baust jetzt bitte. Sonst gibt's wirklich eins auf die Fresse. Ich muss. Ah, wieso ist das jetzt wieder rot? Ich hab doch das grün gemacht. Was hab ich denn grün gemacht? Jetzt kannst du bauen. Aber freiwillig. Nicht, dass du wieder den freien Willen verlierst. Ähm. Fettleibigkeit ist jetzt wieder runter. Wieso? Hast du zu wenig zu essen? Ja, da kann ich ja auch nichts dafür. Du bist ja halt wieder mager. Nein, du packst herum. Ah, er verliert Leben. Also Hühner essen. Oder irgendwas essen. Ja, wenn ich irgendwo einen Huhn finde, wäre er nett. Was? Was? Du nimmst nur die blöden Dörfer. Nein. Okay, wir finden nichts. Dann isst doch mal ein paar Soldaten. Ah, hier ist sogar noch eine weniger weit weg. Ach komm, du verlierst uns zu viel leben. Nimm einfach und geh. Wenn die Azteken über dieses Land herrschen sollen, muss ich die Griechen aufhalten. Nebenzynegi ist noch voll. Die griechische Stadt darf nicht weiter wachsen. Ja, jetzt gibt er an. Jetzt gibt er aber an. Man muss schauen, dass es keine Fankämpfe sind. Die machen recht fett Damage. Was ich natürlich jedes Mal treffen. Ist ja auch so sehr realistisch. Der Wind spielt überhaupt keine Rolle, der da weht. Aber, ähm. Dieser Feind ist nur schwer zu schlagen. Jetzt hat er wenigstens wieder ein bisschen Mut gefasst, dieser Wikinger. Aber der hat keine Schmerzen. Eine Krieger werden Sie auslöschen. Noch eine Schlacht überleben Sie nicht. Das wird jetzt gut. Oh, Quasselstrip. Yeah, mach mal ein bisschen Magma unter den Füßen. Komm schon, nicht hinterher tappen. Er ist faul geworden. Er ist so faul geworden. Hier hat's Dorfbohne. Ich verhungere, weil du verhungerst schon nicht. Das ist ja Essen. Komm schon. Nimm's. Nimm's dir. Nimm's dir. Dann nehm ich dich halt und friss halt zuerst mal was. So. Und die Häuser werden natürlich nicht gewahrt, weil keine Personen in der Nähe sind. Ja, jetzt kannst du ja Essen. Meine Krieger werden Sie auslöschen. Noch eine Schlacht überleben Sie nicht. Ah, Rot heißt vielleicht, die Kreatur wird böse. Und Grün heißt, sie wird nett. Und so ein Symbol ist. Nein! Die Griechen haben meine Elite-Truppen besiegt. Schon wieder Elite-Truppe. Nein, nicht abreißen. Du musst einfach nehmen, essen. Nehmen. Essen. Wie viel? Fettleibigkeit. Nehmen. Irgendwie ist der muskulöser geworden. Oder grösser. Ah, jetzt ist der alte 2. Genau. Jetzt ist der alte 2. Das hört man doch gut. Nimm den. Nimm. Da komm ich nicht hin. Boah, jetzt ist er fette. Sie geht nach oben, aber sehr langsam. Nimm. Nimm. Der will einfach momentan nicht so. Noch mehr Kreaturen nutzen. Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Jetzt baust du hier wieder. Jetzt hat er sicher keinen freien Willen mehr. Jeden einzelnen Eindringling vernichten. Doch, er hat noch gut freie Wille. Gut. Okay. Also angreifen. Scheisse angreifen. Ne. Ne, ne. So dreckig machst du dich nicht. So. Häufchen machen. Auch nicht. So. Häufchen machen machst du auf die Dorfbohne. Angreifen. Ähm, Tiere angreifen. Ist nicht essen. Dann kann ich das runter machen. Und jetzt baust er weiter. Ab jetzt bitte fleißig. Ja, jetzt bist du wütend. Ich weiss. Ist aber auch gut so. Und dieses Dorf wird einfach nicht eingenommen. Für wen halten sich diese Griechen? Nein, ich warte noch. Sonst kommen die Dorfbohne von diesen Siedlungen. Und bauen die Dorfbohne. Nein. Du musst bauen. Weißt du was bauen ist? Bauen ist bauen. Ach, komm. Dann mache ich es halt so. Du musst bauen. Ja, du musst bauen. Ja, sehr schön. Und jetzt hier. Boah, ist der fett. Wie viel hat der jetzt? Nur Mitte. Der ist zur Fett schon. Okay. Haha, der Pfeff. Der Pfeff. Haha. Gott, oh Gott. Das sind aber keine Muskeln mehr. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen steigen. Nur die Hälfte. Wie sieht der denn aus, wenn er 100% ist? Oh Gott. Das mache ich dann mal, ja, in einer der letzten Welten. Aber momentan noch nicht. Du musst mir mal ein bisschen Fitness machen. Ich werde dich ganz muskulös machen. Aber wie viel Hunger, wie viel Dinge hat, sehe ich immer noch nicht. Das gibt es gar nicht, gar nicht. Das muss man raten. So, haben wir jetzt endlich mal dieses Teil. Was noch? Zwölf Häuser bauen? Ähm, nochmal irgendwas anderes. Also sie 8, 9, 10, 11, 12 und du kotzt. Okay, zu viel gefressen. Wie konnten diese Narren den Angriff der Azteken überleben? Äh, äh, Muskeln haben abgenommen. Du musst unbedingt trainieren. Jetzt was machst du? Holz mitnehmen. Ich muss diese verdammten Eindringlinge aufhalten. Buggy, buggy, buggy. Inster Buggy. Ach komm, kannst du nicht anständiger als im Lagerhass ringen? Ja, äh. Ähm, war hier nicht eine Weide. Schwarze Löcher hat es hier nicht. Aber hier hat es... Oh, hat es wie ein schönes Käfig. Das ist nur Schatten. Nein, das ist kein Schatten. Das ist schwarzer Boden. Also, dann machen wir halt wieder mit der Leine. Und, hopp. Magie. Ähm, wo sind die Soldaten? Da kommt ein Soldaten. Ah, hier auch. Aber die laufen noch durch. Gut, dann kann ich mich noch ein bisschen befassen. Hiermit. Und weiter geht's. Komm schon. Komm schon. Und ich will, dass du jetzt angreifst. Äh. Baust. Nicht angreifst. Das Dorf kriegt ziemlich fass ab. Oh je. Scheiss der Leber hier an den Hang. Eine Lager werden sie auslöschen. Noch eine Schlacht überleben sie nicht. Und sie hauen wieder ab. Ah, du musst zweimal kacken. Du musst nur hier bauen. Ach, komm. Nein, dich. Dich werde ich hier wieder zum Ding verdauen. Wir halten uns zum Narren. Ja, okay. Aber bitte mit Elan. Nicht gerade mit Diplomatie. Okay, jetzt ist er nicht mehr so fett. Wie viel hat er jetzt? Aber immer noch 45. Ja, vielleicht war er nur so fett, weil er kotzen musste. Ist ja so realistisch. Ich müsste sie früher eingreifen, damit sie nicht immer so lange braucht, um die zu töten. Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Nein, jetzt kommt noch die zweite. Das Arme. Nein, du musst nicht... attraktieren. Feld-Dünge-Mittel der Extra-Klasse. Knackige Wikinger. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt kommt noch was an. Ding. Die Griechen sind mächtige Krieger. Die Griechen lachen uns aus. Ich werde nicht einen von Ihnen verschonen. Weiter, komm. Hey, es ist bald eingenommen. Ich will das nicht verlieren. Ach, komm. Oh. Ja, du verhungerst schon wieder. Ach, Gottchen. Das sind heftige Exzene. Okay. Aber gleich nicht mehr. So kannst du jetzt da einen essen. Okay, kämpf zuerst. So kannst du einen essen. Jetzt greif an. Greif an, sonst werden sie wieder... Oh. Oh, das gibt böse Punkte. Nimm. Alles der Butters Todesursache Kreatur ist Nimm Du bist satt, okay. Aber jetzt bleib satt. Ähm Du kannst jetzt hier nicht mehr Ding muss ich also Ja, dann werde ich mal eine Kreatur Ding auch Alles Heben Haben wir genug Dorfbohne? Nein, natürlich nicht. Ja, eine kleine kann ich schon Ah, hier hat es ja noch ganz viel So Ja, okay Viele sind es nicht Ab geht mal bitte Die Griechen wird die Sonne rot untergehen Aber sie geht immer rot unter Na, Kreaturchen Du hast Augenringe Die Griechen sind den Wikinger nicht Sieht nicht so gesund aus Die griechische Stadt darf nicht weiter Ich geht Der Anttönt Oh mein Gott Irgendwie verändert sich die Griechen die ganze Zeit Jetzt ist der Ehe alt geworden Also sieht alt aus Aber wie steigt man Mut Muss ich den schlagen damit er wüten das ist das